Michael Hirte, der Mann mit der Mondharmonika, präsentiert sein neues Meisterwerk. Ave Maria, Lieder für die Seele. Mit diesem Werk fing vor beinahe zehn Jahren alles an. Aus diesem Grund gibt es eine ganz besondere Zusammenstellung. Ausgewählt von Michael Hirte, höchstpersönlich. Das Instrumentalalbum des Jahres. Inklusive dem wunderschönen Lied von Guten Mächten. Ein Duett mit Pfarrer Jürgen Fliege. Ein besonderes Jubiläum steht quasi schon vor der Tür. Denn im kommenden Jahr jährt sich zum zehnten Male der Tag, an dem Michael Hirte mit seiner Mundharmonika der Nation eine Gänsehaut zauberte. Ave Maria, dieses Werk überschreibt jetzt die Live-Tour und das dazugehörende brandaktuelle Album. 2008 begeisterte Michael Hirte nicht nur die Super-Talent-Jury, sondern ein ganzes Land mit seinem besonders gefühlvollen Spiel. Es war ein besonderer Moment in dem Leben dieses Ausnahme-Instrumentalisten. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Es war one moment in time. Auch dieses Meisterwerk finden Sie auf dem aktuellen Michael Hirte-Album. Und Achtung, fragen Sie am Telefon unbedingt nach der exklusiven Fanbox. Alle Michael Hirte-Alben wurden bisher mit Gold oder Platin veredelt. Die Songs wurden immer von Michael Hirte persönlich ausgewählt, auch zu dem Album Ave Maria. Eine Freundschaft verbindet ihn mit unserer Grand Prix-Siegerin Nicole. Ihren 1982er-Siegertitel hat Michael Hirte für dieses Album ausgesucht. Denn nichts ist im Moment wichtiger als ein bisschen Frieden. Aus dem Super-Talent wurde ein Super-Star. Michael Hirte und sein Instrument verschmelzen zu einer Einheit der Gefühle, des Friedens, der Verständigung und der Menschlichkeit. Sichern Sie sich jetzt das persönlichste Album des erfolgreichsten Instrumentalisten des neuen Jahrtausends. Michael Hirte, Ave Maria, inklusive dem wunderschönen Lied von Guten Mächten. Ein Duett mit Pfarrer Jürgen Fliege. Jetzt anrufen. 080 3 mal die 503 für Deutschland. 0820 20 30 87 für Österreich. Und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490. Auch im Internet sind wir für Sie da. shop24direkt.de Michael Hirte, Ave Maria, Lieder für die Seele. Mit Ave Maria fing vor beinahe 10 Jahren alles an. Aus diesem Grund gibt es eine ganz besondere Zusammenstellung. Michael Hirte und sein Instrument verschmelzen zu einer Einheit der Gefühle, des Friedens, der Verständigung und der Menschlichkeit. sichern Sie sich Michael Hirte, Ave Maria, für nur 17,99 plus Versand. Jetzt anrufen. 080 3 mal die 503. Sichern Sie sich jetzt das Instrumentalalbum des Jahres. Rufen Sie an. 080 3 mal die 503. Als Michael Hirte an dem Punkt in seinem Leben war, an dem es scheinbar keinen Ausweg gab, fand er zum Glauben. Und die Musik wurde seine Möglichkeit, Gefühle verständlich zu machen. Sein Weg vom Straßenmusiker zum Superstar begann und mit Halleluja bringt er sein Gebet zum Klingen. Und Achtung, fragen Sie am Telefon unbedingt nach der exklusiven Fanbox. Auch dieses Album beschert Michael Hirte wieder Auszeichnungen. Aber all die Gold- und Platin-Ehrungen oder die Echo-Nominierungen sind für Michael nicht so wichtig. Erst wenn er spürt, dass der Klang seiner Mundharmonika die Menschen berührt, dann ist Michael Hirte glücklich. Michael Hirte, Ave Maria. Diese besondere Musik wird Ihr Herz berühren, Ihre Seele streicheln und Ihrem inneren Frieden guttun. Mein CD-Tipp des Jahres. Ave Maria. Michael Hirte, Ave Maria. Lieder für die Seele. Mit Ave Maria fing vor beinahe zehn Jahren alles an. Aus diesem Grund gibt es eine ganz besondere Zusammenstellung. Michael Hirte und sein Instrument verschmelzen zu einer Einheit der Gefühle, des Friedens, der Verständigung und der Menschlichkeit. Sichern Sie sich Michael Hirte, Ave Maria, für nur 17,99 plus Versand. Jetzt anrufen 080 3x503. Sichern Sie sich jetzt das Instrumentalalbum des Jahres. Rufen Sie an 080 3x503. Michael Hirte, der Mann mit der Mundharmonika, präsentiert sein neues Meisterwerk, Ave Maria. Lieder für die Seele. Mit diesem Werk fing vor beinahe zehn Jahren alles an. Aus diesem Grund gibt es eine ganz besondere Zusammenstellung. Ausgewählt von Michael Hirte, höchstpersönlich. Das Instrumentalalbum des Jahres. Inklusive dem wunderschönen Lied von Guten Mächten. Ein Duett mit Pfarrer Jürgen Fliege. Ein besonderes Jubiläum steht quasi schon vor der Tür. Denn im kommenden Jahr jährt sich zum zehnten Male der Tag, an dem Michael Hirte mit seiner Mundharmonika der Nation eine Gänsehaut zauberte. Ave Maria, dieses Werk überschreibt jetzt die Live-Tour und das dazugehörende brandaktuelle Album. 2008 begeisterte Michael Hirte nicht nur die Super-Talent-Jury, sondern ein ganzes Land mit seinem besonders gefühlvollen Spiel. Es war ein besonderer Moment in dem Leben dieses Ausnahme-Instrumentalisten. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Es war one moment in time. Auch dieses Meisterwerk finden Sie auf dem aktuellen Michael Hirte-Album. Und Achtung, fragen Sie am Telefon unbedingt nach der exklusiven Fanbox. Alle Michael Hirte-Alben wurden bisher mit Gold oder Platin veredelt. Die Songs wurden immer von Michael Hirte persönlich ausgewählt, auch zu dem Album Ave Maria. Eine Freundschaft verbindet ihn mit unserer Grand Prix-Siegerin Nicole. Ihren 1982er-Siegertitel hat Michael Hirte für dieses Album ausgesucht. Denn nichts ist im Moment wichtiger als ein bisschen Frieden. Aus dem Super-Talent wurde ein Super-Star. Michael Hirte und sein Instrument verschmelzen zu einer Einheit der Gefühle, des Friedens, der Verständigung und der Menschlichkeit. Sichern Sie sich jetzt das persönlichste Album des erfolgreichsten Instrumentalisten des neuen Jahrtausends. Michael Hirte, Ave Maria, inklusive dem wunderschönen Lied von Guten Mächten. Ein Duett mit Pfarrer Jürgen Fliege. Jetzt anrufen. 080 3 mal die 503 für Deutschland. 0820 20 30 87 für Österreich. Und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490. Auch im Internet sind wir für Sie da. shop24direkt.de Michael Hirte, Ave Maria, Lieder für die Seele. Mit Ave Maria fing vor beinahe 10 Jahren alles an. Aus diesem Grund gibt es eine ganz besondere Zusammenstellung. Michael Hirte und sein Instrument verschmelzen zu einer Einheit der Gefühle, des Friedens, der Verständigung und der Menschlichkeit. sichern Sie sich Michael Hirte, Ave Maria, für nur 17,99 plus Versand. Jetzt anrufen. 080 3 mal die 503. Sichern Sie sich jetzt das Instrumentalalbum des Jahres. Rufen Sie an. 080 3 mal die 503. Als Michael Hirte an dem Punkt in seinem Leben war, an dem es scheinbar keinen Ausweg gab, fand er zum Glauben. Und die Musik wurde seine Möglichkeit, Gefühle verständlich zu machen. Sein Weg vom Straßenmusiker zum Superstar begann und mit Halleluja bringt er sein Gebet zum Klingen. Und Achtung, fragen Sie am Telefon unbedingt nach der exklusiven Fanbox. Auch dieses Album beschert Michael Hirte wieder Auszeichnungen. Aber all die Gold- und Platin-Ehrungen oder die Echo-Nominierungen sind für Michael nicht so wichtig. Erst wenn er spürt, dass der Klang seiner Mundharmonika die Menschen berührt, dann ist Michael Hirte glücklich. Michael Hirte, Ave Maria. Diese besondere Musik wird Ihr Herz berühren, Ihre Seele streicheln und Ihrem inneren Frieden guttun. Mein CD-Tipp des Jahres. Ave Maria. Michael Hirte, Ave Maria. Lieder für die Seele. Mit Ave Maria fing vor beinahe zehn Jahren alles an. Aus diesem Grund gibt es eine ganz besondere Zusammenstellung. Michael Hirte und sein Instrument verschmelzen zu einer Einheit der Gefühle, des Friedens, der Verständigung und der Menschlichkeit. Sichern Sie sich Michael Hirte, Ave Maria für nur 17,99 plus Versand. Jetzt anrufen 080 3 mal die 5 0 3. Sichern Sie sich jetzt das Instrumentalalbum des Jahres. Rufen Sie an 080 3 mal die 5 0 3.